Moin Leute, ich will nur mal sagen, dass ich in der zukünftigen Folge von Pokémon Smaragd, äh ja, ein Overlay benutze, weil ich hab jetzt so nachgedacht, ob ich wirklich ein Overlay bei diesen Let's Play nehmen möchte und ich hab mich entschieden, okay, ein Overlay und ja, viel Spaß mit diesem Video. Jo Leute, herzlich willkommen zu neuen Folge von Let's Play Pokémon Smaragd, ja, und so sind wir hier stehen geblieben und haben unser erstes Pokémon bekommen, ja, und ich werde es halt so machen, ich werde die Pokémon, die ich ins Team nehme, einen Spitznamen geben. Oh, ich sehe gerade, warte mal, warte mal kurz, muss perfekt da sein, äh, so jetzt sieht es besser aus, gut, auf jeden Fall seht ihr jetzt gerade, ich hab schon mal neues Overlay hingemacht, ja, weil ich hab mir überlegt, ob ich für die Sitzplay mal ein Overlay nehme, möchte und ich hab mir so, warum nicht, ist halt Pokémon, ja, und ich würde mal sagen, wir machen jetzt weiter, ja, wir gehen jetzt mal hier nach oben, zu Route 101, und der erste, ja, Pokémon-Kampf im hohen Gras, oh yeah, Ja, dann machen wir mal fertig, und, auf jeden Fall, falls ihr auch noch ein Pokémon benannt werden wollt, abonniert diesen Kanal, oder schreibt es einfach in die Kommentare, ob ihr noch ein Pokémon benannt werden möchtet, aber, naja, ich mach jetzt einfach mal, und. Na, auf Handschuss, okay, äh, wir machen jetzt selber nochmal, und, und, yes, geschafft, huuuh, machen wir mal weiter. Hallo? Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt, kommst du bitte einmal mit mir? Okay. Dies ist ein Pokémon-Supermarkt, er ist an dem blauen Dach erkennbar. Wir verkaufen eine Menge nützliches Dinge, wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Hier, dies ist ein Item, quasi als Werbegeschenk für dich. Trank, nice. So, ein Trank kann zu jeder Zeit eingesetzt werden, daher ist er in manchen Situationen wertvoller, als ein Pokémon-Center. Ja, und das hier ist das Pokémon-Center, da kann man seine Pokémon heilen. Ja, aber, naja, aber jetzt, gerade brauche ich jetzt nicht zum Poké-Center gehen, aber, naja, wenn meine Pokémon, zum Beispiel jetzt, äh, ja, viel Schaden bekommen haben, dann würde ich schon ins Poké-Center gehen. Ja, dafür wurde ja das Poké-Center gemacht. Und wir sind jetzt im Pokémon-Supermarkt, wir können uns da mal Tränke kaufen, also, ich hoffe mal zwei Stück, so, und noch zwei Stück Gengift, weil, ach du, Spoiler, wir gehen gleich in einen Wald, aber, naja, erst später in einen Wald, jetzt gerade nicht, aber, irgendwann hier später, ja. Ja, aber eigentlich, können viele dieses Spiel schon, und, ja. Gut. Ein wildes Verfahren erscheint. Oh, ich fliehe jetzt einfach mal. Hm, meißen, das Pokémon von Route 103 besitzt... Oh, hi, Daniel! Ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen! Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer! Okay. Ja. Jetzt kämpfen wir gegen Maike. So. Und Maike schickt, äh, Flemley in den Kampf. Okay. Und! Pschuh! Obwohl, wir gehen mal etwas strategischer. Pschuh! Boah! Okay, noch einmal Silberblick, dann benutzen wir einen Trank, und dann greifen wir weiter an. Gut, man könnte es auch nur angreifen, aber... Ich mache es mal einfach so. Trank! So! Pfund! Pfund! Und zack! Yes! Und Julien erreicht Level 6. Ja. Und ja, Julien erlernt Absorber. Gut. Ja, und dann war ich noch Level 7. Wow, das war spitze, Daniel! Du bist ein Naturtalant! Wow. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast dein Pokémon erst seit kurzer Zeit, und es mag dich bereits. Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreuden. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Okay. Okay. Auf ins Labor! Auf ins Labor! Auf ins Labor! Wuhu! Ach! Daniel! Hier entlang! Lass uns nach Hause gehen! Okay! Gut! So! Auf ins Labor! Ja! Oh! Hallo Daniel! Ich habe gehört, du hast Michael besiegt! Super! Das war dein erster Kampf gegen einen Trainer! Das stimmt! Michael hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen! Michael besitzt eine respektable Geschichte als Trainer! Hier, das hilft mir bei den Forschungen, aber ich denke, du kannst den Pokédex auch gebrauchen! Der Pokédex ist ein hochentwickeltes technisches Gerät, das automatisch jedes Pokémon, das du siehst, unter Fangs registriert. Geht nie ohne ihn aus dem Haus! Immer wenn mein Kind ein sendendes Pokémon fängt, kommt es und zeigt mit den Eintrag im Pokédex, während ich nach draußen forsche. Oh! Wow! Daniel! Jetzt hast du auch ein Pokémon! Das ist ja toll! Genau wie ich! Hier bekommst du Pokébälle! Boah! Danke! Es macht unheimlich viel Spaß, all die verschiedenen Pokémon zu fangen! Ich schaue mir wirklich überall um, denn ich will die unterschiedlichsten Pokémon fangen! Sobald ich niedliche Pokémon attacke, fange ich sie mit Pokébällen! Okay! Ja! Hier haben wir den Pokédex! Komm, wir lesen mal diesen Pokédex-Eintrag! Äh, Gecko! Boah! Ein Waldgecko! Es baut in einem riesen Baum sein Nest! Jeder Eintrag wird von ihm verjagt! Daher nennt man es auch den Wächter der Bäume! Ja! Und jetzt mach's dazu! Ich versuche jetzt alle Pokémon zu fangen! Und ich gebe nur den Pokémon Spitznamen! Und ich gebe nur den Pokémon Spitznamen! Die, äh, zu meinem Team gehören! Ja! Also die, die nicht ins Team gehören und ich nur fange, um jetzt den Pokédex auszufüllen! Die bekommen keinen Spitznamen! Also falls ihr wirklich ein Pokémon sein wollt! Ja! Gibt's da zwei Möglichkeiten! Abonniert den Kanal oder schreibt ihn in den Kommentaren, falls ihr halt so ein Pokémon sein möchtet! Ja! Gut! Oh! Hallo Mutti! Daniel! Hast du dich schon Professor Birk vorgestellt? Oh! Was für ein hübsches Pokémon! Du hast es von Professor Birk erhalten! Toll! Du bist das Kind deines Vaters! Wunderbar! Du siehst gut aus mit deinen Pokémon! Hier Liebling! Für eine Abenteuerreise sind die Turboträter wie geschaffen! Yeah! Turboträter! Ha! Turboträter sind geil! Daniel! Für diese Schuhe gibt es eine Bedienungsanleitung! Hat er den B-Knopf gedrückt! Wenn du diese Turboträter anhast! Um zu rennen! Schlüpfe in die Turboträter und erober die Welt da draußen! Sich vorzustellen, dass du nun ein eigenes Pokémon besitzt! Ha! Dein Vater wird überglücklich sein! Aber sei bitte vorsichtig! Sollte etwas passieren! Komm wieder! Nach Hause! Lauf und schnapp sie dir alle Schatz! Okay Mama! Schnapp sie mir alle! Ja Leute! Weil die Turboträter sind geil! Und die gab es doch seit der dritten Generation! Und das hier ist ja auch die dritte Generation! Genau! Weil seit der ersten und zweiten gab es die Turboträter nicht! So muss man wirklich immer so langsam laufen! Oder halt ein Fahrrad holen und mit dem Fahrrad fahren! Aber naja! Für den Anfang sind Turboträter schon schnell! Aber wenn man ein Fahrrad bekommt! Ja! Geht es besser mit dem Fahrrad! Aber gut! Ich fange mal so ein paar Pokémon! Ja! Das fange ich mir jetzt nur um den Pokédex auszufüllen! So! Aber ein bisschen Schang geht noch mit Absorber! Ja! Ach komm! Ist ja eh Level 2! Wir können es ja eh noch fangen! Weil Level 2 Pokémon sind echt leicht zu fangen! Ja! Es ist ja einfach am einfachsten zu fangen! Und... Tja! Wart noch! Yes! Schafft! Toll! Wumpel wurde gefangen! Für Wumpel wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt! Wumpel! Das ist für ein Pokémon! Es haftet an Essen und frisst die Blätter! Der Faden, den es ausspuckt! Wird an der Luft klebrig! Und schränkt den Bewegungsfreiraum des Gegners ein! Yeah! Äh nein! Und ich werde den halt gleich in der Box ablegen! Ja! Und vielleicht werde ich auch so die Boxen im PC, wo ich halt so die Pokémon ablege! Und schon mal ein bisschen sortieren! Also halt von den Typen her! Ja! Ja! Das könnte ich machen! Okay! Aber ich gehe jetzt mal in den Pokésenter! Okay! Äh! Ich bin nicht dein Pokémon! Okay! Ich nehme dein Pokémon für einen Moment in meinen Obfut! Danke! Dein Pokémon sind wieder topfit! Komm! Diese Zeit wieder vorbei! Äh! Ja! Ich lege mal schon mal das Wampel ab! So! Ach komm! Ich werde jetzt mal so die andere Pokémon offscreen fangen! Weil... Naja! Nicht dass es jetzt langweilig wird! Und ich wollte mal sagen! Wir gehen jetzt hier einfach mal weiter! Oh! Wenn du Pokémon bei dir hast, bist du offiziell ein Pokémon Trainer! Daher kannst du meine Herausforderung nicht ablehnen! Genau! Ha! Okay! Und er schickt ein Pfiff hier im Kampf! Gut! Wir sortieren schon mal die Attacken! Yes! Upsi! Bam! Jaula! Okay! Der Angriff vor ein Pfiff hier entsteigt! Ja! Aber es ist nicht so schlimm! Wir machen weiter Absorber! Und bekommt dadurch sowieso mehr KP! Okay! Tackle! Ja! Absorber! Yes! Geil! Ah! Ich habe verloren! Ich hätte fleißiger trainieren sollen! Tja! Pech gehabt! Gut! Aha! Und so ihre Augen haben sich getroffen! Ich kämpfe mit meinem Käfer-Pokémon gegen dich! Okay! Eine Rostfotografie und Käfersammler Baldur! Und er schickt Wumpel im Kampf! Gut! Los Julien! Äh! Und! Ich mache mal Pfund! Weil! Absorber ist eine Pflanzenattacke! Und Pflanzen... Pflanzenattacken sind schwach gegenüber Käfer-Pokémon! Und ja! Das war einfach mal Pfund! Rica! Rost! Lebel! Acht! Geil! Sa! Äh! Font! Und! Pfund Oha, besiegt und verloren Daniel gewinnt 64 Euro Oh yeah Okay, eigentlich Pogedollar Stimmt, ja Sollte ich das eigentlich sagen sollen Aber naja Und dein Bild ist Ja, Pfiff hier unten erscheint Ja, ach komm, wir fangen schon mal Weil wir wollen uns ein Pokédex auch Ausfüllen So Jetzt kommt der Pokéball Ich glaube, ich werde mal gleich Im Supermarkt mehr Pokébälle kaufen Weil, ja Hm, hat nicht gereicht Aber wenn ich nochmal eingreife, ist es bis die Deshalb, lassen wir es mal erstmal so Yes Für vielen wurde ich fangen Gut Jetzt können wir mal gegen den Äh, bist du gerade erst Trainer geworden Dann sind wir ja bald Anfänger Genau Eine Herausforderung von Teenager Hugo 6x wird von Teenager Hugo in den Kampf geschickt Okay Dann machen wir mal abzog Okay Dann machen wir mal abzorber Dumm, dumm, dumm Dumm, dumm Boah, dieses soundtrack Ist episch Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Oh yeah, e, 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 e um die er und hier und hier und hier hier okay in der will neuen braun Eis schweibini wo kann man sich noch schweibini fangen weil ich will schon schweibini auch in team nehmen naja ich schau mal später im Pokédex nach wo es ist weil ich hab das wirklich vergessen boah so glück ist Jujian also unser Gekabor auch so gesagt ähm jetzt Level 9 weil ja Gekabor ist halt so ein Pflanz-Pokémon und Schwabini ist Flug-Pokémon und eigentlich ist es ein Nachteil aber naja durch den hohen Level haben wir das jetzt geschafft und nice ich hab dich angesprochen weil ich dachte ich könnte dich besiegen aber du kannst mich nicht besiegen okay was sehen wir mit Bären eine Füßelbeere und so zwei Cinebären da kommen wir pflanzen hier mal welche hin weil dadurch bekommt man noch mehr Bären und ja wer weiß wofür wir noch Bären brauchen können ich meine falls jetzt ein Pokémon so ein Statusproblem hat und ich jetzt kein so richtiges Item dafür hab dann hilft halt ne Bäre so mein Ziel stets gewinnen und der beste Trainer alle Zeiten werden hilf mir bei meiner Karriere ähm ne oh aber euch alle draußen hilft ihr bei meiner YouTube Karriere bitte ich will die 100 Abos schaffen falls ihr neu auf diesem Kanal seid abonnieren und Glocke aktivieren um nichts zu verfassen yeah naja außerdem stirbt mein Kanal derzeit und ich bekomme wenig Abos liegt vielleicht daran weil ich lange nicht streame ich kann tatsächlich da 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 und zick zack wurde besiegt hier nächstes kommt knilz wir können weiter und zwar jetzt aber auf und macht zwar wenig schaden aber ich habe eine idee wir machen jetzt einfach mal serverblick und greifen wir jetzt einfach mal strategisch an ich würde mal sagen zweimal serverblick oder dreimal wie war es mit dreimal also jetzt habe ich schon einmal gemacht und jetzt auch zweimal und ja dann versuchen wir es nochmal wo habe ich schon dreimal auf habe ich nicht gedacht wird nach egal und das macht die schaden oh ja das war eine gute idee eine sehr gute idee oh yeah da habe ich wohl eine karriere angekurbelt ich bin okay dann nehmen wir uns schon mal so ein item das ist so ein trank so blutwurzl erscheint naja flucht obwohl wir können es auch noch fangen um pokédex aufzufüllen naja werde ich offscreen machen aber gut äh wir sehen noch kurz mal in pokédex nach wo dieses schwalbini ist ich habe komplett vergessen wo man das bekommt ich will es wirklich mal haben ah ist leichter rechts ich meine links okay in der nächsten folge bekommen wir schon mal ein neues teammitglied ich hoffe es dass man männliche schwalbini ist weil auf meinem kanal habe ich wenige weibliche abonnenten und naja aber gut wir halten mal unser pokémon nice und ich würde mal sagen das war es mit dieser folge von let's play pokémon smaragd ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann lass einen daumen nach oben da und wir sehen uns zunächst mal wieder ciao